Ich hab noch... Du kennst meine Eier hinten, also ich hab noch mehr als genug davon. Kann man hier eigentlich irgendwas reinmachen? Nee, ich glaub nie. Doch, man kann irgendwas reinmachen. Echt? Attack Damage macht da ein Viertelherz. Ja, gut. Das ist auch nicht grad die Welt. Ach. Ich brauch eindeutig... Brauch ich das Spawn-Aid vom Zombie? Nee. Warte mal, dann kann ich ja hier diesen NASA-Workbench eigentlich kurz wegmachen, gleich. Wenn ich diese Rakete hier gleich fertig habe. Hm? Hm? Und ähm... Warte mal, ich brauch nochmal zwei Stil, 4G. Achso, ich brauch Pulsating Iron, da brauchen wir doch irgendwas von Ender.io. So. Habt ihr den Alois-Melder? Alois-Melder? Ja, haben wir. Gut, ich komm mal kurz vorbei. Haben wir den Alois-Melder? Ja, haben wir. Ja, ich komm mal kurz vorbei. Dann kann ich die nächste Quest abgeben. Und ich hab dann wieder ne Tier 2 Rakete. Tier 1. Tier 2. Da. Ja, ähm... Du brauchst... Wie viel habt ihr jetzt insgesamt? Ähm... Weiß ich... Warte mal, ich hab meine ja schon an mich gebunden mit Soulbounder. Aber... Naja, müsst ihr das auch für die Mädels nochmal... Ich hätte die vielleicht nicht... Ähm... Nachkommen schon. Ähm... Du wärst schon. Hm? Genau. Ja? An mich Soulbounden sollen. Hä? Hm... Naja, du behältst dich... Du habst immer in meinem Inventar. Ja, das Problem ist... Ich hab die jetzt schon gesoulboundet. Äh... Ich hab doch zwei... Ich hab doch die Tier 3, äh... Crafted, um ne Quest abzugeben. Und ich hab jetzt ne Tier 2 und ne Tier 3 Rakete. Eine davon ist überflüssig. Im Grunde. Und das wäre bei mir die Tier 2. Verstehste? Ähm... Ich hätte die Tier 3 soulbounden können, aber ich hab die Tier 2 an mich gebunden. Ja, ist doch gut. Alk, ich häng grad irgendwo. Äh... Okay. Also... Ja, ich hab... Ich hab's grad irgendwie nicht so mit... 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 Ich leg euch mal hier in eure Erzkiste, die am Sieb dran ist, aus dem Alois Melter des... Äh... Erzgelumpe. Ja... 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 So... Hm... Das will ich auch grad gar nicht... Nächste Quest... Das hier machen... Und dann das hier machen... So, dann mach ich jetzt... So, dann haben wir das... Item Conduit Speed Upgrade Basic Filter Advanced Item Filter... Was wäre denn praktischer? Äh... Alk, hast du denn nochmal kurz den Eimer? Ja, ich bin hier unten bei euch. Oh... Ich hasse diesen Stern... Ach, ich auch... Aber bald haben wir das Problem nicht mehr. Zum Glück. Was hab ich eigentlich für einen Skin an? Ganz normale. Hm... Das ist bestimmt noch der... Steampunk Skin. Oder der Mittelalter Skin. Äh... So... Hm... Hm... So... Hier haben wir die Conduit Binder... Ähm... Pulsatigen ein und brauchen wir ja sonst für nichts weiter... Hm... So... Da hat der Ike erst einmal 1 Stack und 8 Item Conduits gemacht. Und wir kriegen ordentliche Dinger... Hier, was soll ich denn nehmen? Item Conduit Speed Upgrade, Basic Item Filter oder Advanced Item Filter? Ah... Das sind nochmal... Warte mal... Ich kann es mir ja angucken... Ja... Äh... Von... Also dieses Speed Upgrade glaube ich nicht. Äh... Mach lieber diese Basic Filter. Basic Filter... Okay... Hammer! Ähm... Ah... Ich bin aber irgendwie... Richtig... Du musst gleich ja nehmen... Nimm der Spur irgendwie... Ja... Das ist... So... Ähm... Die Energieleitung brauchen wir später... das hier Och mein Morgenknurret Black Hole Storage und Internet Router Genau Da brauchen wir ja Dash dafür denk ich mal So, Item Intake würdest du Gibt's die Internet Router ein, findet der nicht Und da, oh Item Input, da Ich hab alle in der Perl verbraucht Scheiße Äh, Ike Hast du noch so einen komischen Item So eine Item Load oder wie war das? Transfer Note Item? Jaja 19 Stück 19 Stück, auch eine Dann musst du hierher kommen Ja, ich komm gleich Komm gleich Ja Black Hole ist deutsch Ähm Ähm Black Hole ist deutsch Danach Perfekt Eieren Oh Schiff Ja, das kann ich machen. Polytool. Viel Spaß. Warum? Nanocubes. 64 Stück mal 4. Ich habe doch eine ganze Handvoll gekriegt durch Quest abgeben. Ja, wir haben 5 mal 64 Stück. Das ist einfach. 5. Wir haben 5 mal 64 Stück. 5 Stacks nur. Alles klar. Wir haben auch eine Handvoll Diamanten durchgehauen und ich habe 3 Stacks vorhin durch Quest bekommen. Alles klar. Was wollte ich machen? Niemand weiß es. So, du kannst die Quest gerne abgeben. Äh, warte. Ich brauche gerade ein bisschen Sauerstoff. Okay. Oh, Polytool. Ja, kann man lange machen. Dieses dunklen Teilen. Ein Telium kann man halt Nerva-Stern machen. Ja gut, dann machen wir halt Nerva-Stern. Ja, da bin ich auch gerade dabei zu gucken. Oh Leute, das haben wir so... Haben wir das nicht sogar alles? Also... Oh. Wie sieht Helium nochmal aus? Helium ist dieses blaues. So blaue Pixel drin. He. Ja, warte, Mensch. Ähm... Ach gut, muss mal kurz gucken. Muss mal kurz gucken. He. Scheiße, wir haben einen Stack davon. Wir bräuchten ein bisschen mehr. Warte. Ein Stack. Ja, ja. Wir brauchen aber 4 Stacks. Helium kriegt man aus. Wizard Diamonds. Das ist ja. So. Ja gut. Ach, wir haben... Von 3 alle Quests? Ja. Alle. Guck mal, nur ein Stack Helium. Wir brauchen 4. Jetzt brauchen wir noch 2. Ich glaube, wir haben in drüben auch noch eine. Ach so, hier die Item-Nords sind hier drüben. In der Kiste. Äh... Na. Nimm was du brauchst. Ähm... Ja, nimm was da. Äh... Wie macht man Helium? Wie macht man Helium? Helium. Ach so, Eyck. Du musst das... Du musst dieses, äh... Flymex, ja... Mit, 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 mit... Mit der Spitzacke, äh... Rechts klicken. Entschuldigung. ani, Scheiss... Wir brauchen rein... Liebst du mal stehen? Ey, Arschloch. Also einfach nur da so drauf klicken. Und dann noch zit. Stinker Ich habe einen Stinker Ja Schon krass zu mir Was cool ist der kommt mir nicht herunter hinterher So genau was Helium fehlt uns noch was Dann muss ich mal gucken ob ich noch ein paar Quests finde Ja den Router kann ich auch noch nicht wirklich machen More Power Ähm I need my Rock Ender Query Ich komme mal kurz zu euch Die habt ihr ja schon oder? Die Ender Query Oder was habt ihr da oben für ein Ding stehen? Äh das habe ich im Moment gerade Was war denn das? Das war Das hier Hä Tot Obwohl ich glaube ich würde Ich glaube das War das nicht so? Oder? Ja das war das Ja das ist auf jeden Fall nicht das was ich hier benötige Ähm Solar Panel 2 Das kann ich aber machen Wenn mich nicht alles täuscht Wenn mich nicht alles täuscht Scheiße brauche ich eine Transfer Note Oh Gott Äh nicht noch eine Transfer Note sondern Sondern so ne so ne so ne Ein IP Conduit? Ne so ein paar Pipe Dings da Nehm ich mir mal Jupp Das wird dann nämlich Ach da brauchen wir Dash Äh Dash habe ich noch irgendwo drüben Ey wir brauchen 8 Blöcke Von Dash Für das Solar Panel 2 Oh Ike das passt Das passt Das passt Passt gleich Das passt eventuell Hier so drüber Wenn ich das jetzt hier so Ne Warte mal Warte mal Warte mal Ach da oben bist du Ja ja Wenn ich Wenn ich Äh warte mal Ich muss mal kurz gucken wo das Hier ist Hier Geh weg ich hab ne Diaxt Ja gut Warte mal Das Ding frei hier Achtung Gleich regnet's Holz Ich Ich Und mein Holz Holzi 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 Bist du schonmal so schnell So schnell an Holz gekommen? Ne Das ist so geil Aber jetzt Aber jetzt Muss ich Hier so ne So ne Scheiße Jetzt hab ich Oh Transfer not vergessen Jetzt wird's ja voll andersrum Ich bin ja irgendwie neben der Spur Ich weiß nicht warum Ähm Perfekt Perfekt eigentlich Weil dann kann ich das nicht Weil dann kann ich das nicht Äh Äh Weil dann kann ich das Äh 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 Ja genau Ich versteh dich voll und ganz Ich nicht Äh Haben wir nicht Turbinerotoren bekommen? Äh Bei irgendeiner Quest glaub ich irgendwo Bei irgendeiner Quest Die hab ich doch auch noch Die brauchst du nicht für ne andere Quest Äh Ja 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 Ah ich hab kein Sauberstoff mehr Ah Hake hilft Äh 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 Die musste craften Sonst wird das nicht akzeptiert Iron Turbinerotoren Die haben wir dort äh Und die gehen Iron Turbinerotoren Ach das ist doch Kinderkacke Alter Mal ehrlich Ja Ja Das ist doch keine Herausforderung mehr Natürlich nicht Äh Hier Brot will ich essen Outboard Ja das kommt dann hin Äh Mäh Mäh Genau Ähm Reading Was ist da? Ich brauch 8 Stück davon Wenn ich 4 Stück rauskriege Machen wir das soo Das sooo LoL Hier wir haben 2 Quests zum abgeben Eine Quest überlasse ich dir. Was? Du kannst die Quest aufgeben. Ach, Mopper oder? Ja gut, rechts, links, irgendwas, tschüss. Nimm irgendwas. Oh, Steel! Gut, das brauch ich nämlich. Lava-Tank. Steel-Turbine. Das ist gut, weil dann haben wir nämlich Upgrade-Kit. So, einmal das. Das ist... Ey, ganz ehrlich, die Quest, das ist doch ein Witz. Momentan. Ich mach dir die nächste fertig. Dann haben wir ein Fuel-Tank. Das und das und ich brauch drei Glasscheiben. Eins, zwei, drei. Jo, Fuel-Tank. Ähm, du kannst gerne abgeben durch die Quest. Head-Exchange-Control. Maven hat gerade ein Video aufgeladen. Hä? Bin ich grad... Na, ähm. Mach ich's halt so. Ah, so gut. Also wie gesagt, das ist wieder eine Quest frei. Und jetzt muss ich... Warte mal, Ender-Karl? Ne, das war ja nicht das, was du dort hast. War ja was anderes. Ähm. Äh. 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 Burn-Quartz. Ja. Gut. Das wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, die Quest. Okay, wir müssen hier definitiv irgendeinen Filter reinmachen. Ich kümmer mich mal drum. Okay. Filter von, von, von... Export-Autilities da. Redstone und so. Das hat ein Ender-IO-Filter. Hm, ich glaub das funktioniert leider nicht. Warum machst du... Was machst du nun mit, äh, Dings? Wir können auch mit Ender-IO-Cablen machen. Ne, das, äh... Hast du Transfer-No... Äh, diese komischen Transfer-Dinger da? Von Ender-IO. Wo? Äh, warte. Ich habe auf jeden Fall... Drei Stück. Ich habe Energie, ich habe Flüssigkeitsleitung und ich... Na, Ender-Conduits natürlich. Habe ich die, die habe ich doch gecrafted über Instac. Ich habe dann Ender-Energie-Conduits, äh, 640 RF. Ich habe 5 Max-Output-Energie-Ender-Conduits. Ich habe... Ich... auch Item. Ja, habe ich IT-Energie-Conduits, ne? Da habe ich im Endeffekt. Bin hier, bin hier, bin hier, bin hier, bin hier. Äh... Da hast du die Fil... Da hast du die... Dinger. Das war doch Aufgabe von der Quest. Ja. Äh... More Power. Du hast immer noch nicht abgegeben. Ich nicht. Was sagst du? More Power, Chris. Äh... 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 Doch, habe ich. Nee. Da haben wir jetzt wieder ein neues. Ja. Das ist der Fuel Tank. Ja, den habe ich. Hast du abgegeben? Ich habe den gecraftet, den Fuel Tank. Und du hast jetzt die Quest abgegeben. Äh... Q-Spawn-Eck. Lol. Ich habe hier auch noch eins in der Kiste. Ja. Haben wir uns ja vorhin drüber unterhalten, dass wir... Ja. ... hoffentlich ein Q-Spawn-Eck bekommen. Äh... Ach, das ist Friesstone und Eisen. Den brauchen wir nicht. Das ist Keratin. Oh, Keratin. Damit können wir Leder machen. Keratin. 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 Damit... Da können wir... Bookshelf machen. Und... Leder. Und... Wow. Ich weiß jetzt sicher, was ich das alles hier so oft brauche. Aber ich mache es einfach mal. Äh... F-Tools. Das ist... Das ist... Ich brauche ein Quarz. Ein Enchanter. Das ist... Ähm... Item Mode... Das... 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 Strim. Esp universal. Das ist gut. Hä? Ich hab das doch gut gemacht, wieso? Was ist denn ein Sharpit Crafting? Fragt mich nicht Ach ne mir fehlen auch diese komischen Platten hier Ich bin behindert Inspekt insert Da